Hallo liebe HSG-Familie, der Benni und ich befinden uns heute in Wilhelmsbad. Wir werden jetzt die nächsten Wochen unter dem Hashtag NiceToMeetHanau wöchentlich Videos hochladen, indem wir Plätze in Hanau besuchen. Heute begleitet uns der Hans-Peter und zeigt uns, was es hier so im Park alles gibt. Du hast es schon gesagt, Hans-Peter Kehl mein Name, ich bin Stadtführer hier in Hanau und ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der HSG. Und ich erzähle ein bisschen was außenrum und jetzt gehen wir mal zusammen in den Park und entdecken den gemeinsamen Ring. Ich habe gehört, es war mal ein Grabmal. Wie sieht es denn damit genau aus? Das stimmt, ja. Die Pyramide, die wir da drüben sehen, ist tatsächlich ein Grabmal. Und zwar hat derjenige, der das hier alles hat erbauen lassen, der Prinz Wilhelm IX. war das, seinen Sohn relativ früh verloren. Und hat in großer Trauer, muss man jetzt wirklich so sagen, das Herz seines Sohnes da drüben in einem Schrein begraben lassen. Und damit es so auf ewig in Erinnerung bleibt, hat er das hier so geschaffen. Aber das Herz wurde in den späteren Zeiten irgendwann, beziehungsweise der Schrein mit dem Herz geklaut. Und jetzt ist halt einfach nur noch das Grabmal übrig. War das dann schon immer so mit dem Wasser angelegt oder kam es mit der Zeit an, mit den Jahren? Das ist, der gesamte Park ist tatsächlich künstlich angelegt worden. Und erstaunlicherweise muss man sich überlegen in zwei Jahren. Das war so von 1777 bis 1779. Und das kann man sich vorstellen, wenn man hier solche Hügel wie den Schneckenberg aufschüttet oder solche Teiche hier ausgräbt, du brauchst natürlich wahnsinnig viel an Arbeitern, die das machen. Die hatte man halt damals zur Verfügung und dann konnte man das innerhalb von zwei Jahren schaffen. Und hier ist wirklich jede Erhebung und jeder Bach, der hier durchfließt, genauso wie der Teich und die Inseln, ist alles künstlich angelegt. Lieber Hans-Peter, was haben wir denn hier für einen Turm? Weil für einen Park ist es ja eigentlich nicht normal, dass wir hier so eine kleine Art Burg drinstehen haben. Stimmt, sieht aus, als wäre hier die Verteidigungsstellung für einen Kurpark. Ist aber tatsächlich nicht so. Das ist eine künstliche Ruine. Das war im Zeitgeschmack damals, hatte man das, dass man sich extra eine Ruine gebaut hat, die von außen zwar ein wenig verfallen ausgesehen hat, aber von innen wirklich jeden Luxus geboten hat. Die hatte einen Eiskeller, die hatte eine wunderbare Küche, mit der da drin die Leute verköstigt wurden. Die hatten sogar eine Toilette, was für die damalige Zeit schon gehobener Luxus war, weil, sagen wir mal so, das normale Volk, da sah das alles ein bisschen anders aus. Wilhelmsbad, dieser ganze Kurpark, die einzige erhaltene, vollständig erhaltene Badeanlage aus dem 18. Jahrhundert in ganz Deutschland. Dann hat es ja sogar den Krieg überdauert, ne? Hat es, ja. Und wir schauen uns nachher noch einmal was an, was in den Zeitläuften mehr zerstört wurde, auch im Krieg eine Zerstörung erhalten hat, was aber heute wieder funktioniert und was das Schmuckstück von Wilhelmsbad ist. Super, dann lassen Sie mal da hin. Jetzt stehen wir nochmal von der anderen Seite hier davor. Kann man das auch von innen betrachten oder gibt es generell auch Führungen hier im Park oder nur in der Ruine? Ne, du kannst den, es gibt Führungen im Park, es gibt auch nur Führungen für die Ruine, das ist meistens am Wochenende so. Es gibt eine eigene Homepage für den Staatspark Wilhelmsbad, da kann man drauf schauen, wann diese Führungen sind und sind für die Ruine zumindest kostenlos. So, lieber Hans-Peter, das lässt ja jetzt wirklich jedes Kinderherz höher schlagen. Das ist ein Karussell, oder? Das ist tatsächlich ein Karussell und zwar ein sehr einzigartiges, das ist das älteste freistehende Karussell auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt? Das gibt es tatsächlich so nur noch einmal. Es ist fast 250 Jahre alt und war halt tatsächlich so um die 1930er Jahre, da ist es noch das letzte Mal gelaufen, aber ziemlich verfallen, verzogen, kaputt. Dann hat es im Krieg auch noch einen Bombentreffer tatsächlich erhalten und ist dann so in den Jahren nach dem Krieg ein bisschen vor sich hingemodert. Aber in den letzten 25 Jahren hat man das wieder renoviert, saniert, völlig neu aufgebaut und seit 2016, nach 20 Jahren und einigem an finanziellem Aufwand, und seitdem läuft das Karussell wieder und zu mehreren Gelegenheiten im Jahr gibt es Karussellfeste, es gibt beispielsweise das Federweisenfest oder wenn hier das St. Martins Umzug ist, dann läuft das Karussell auch und für nur 4 Euro. Kannst du dir hier ein paar Runden gönnen und das macht sowohl denen, die drinnen in diesen schönen Kutschen sitzen, Spaß, als auch denen, die draußen dann winken und du sitzt in deiner Kutsche und winkst hultvoll zurück. Sieht ja alles ein bisschen zu neu aus, dann fühlt es zu allem hier gehört, oder? Was kannst du uns darüber dann erzählen? Ja, das hier ist der Fürstenbau, ein Teil der ganzen Kurgebäude. Hier hat man die großen Gesellschaften gefeiert und dieses hat man halt auch in den letzten 2-3 Jahren wirklich aufwendig saniert, weil wenn ihr euch mal die Gebäude nebendran anschaut, die sehen noch nicht ganz so neu aus. Also da ist auch noch viel zu tun. Okay, aber steht nicht leer, oder? Steht nicht leer. Fallen dir die zwei bunten Figuren da vorne auf? Ja. Die sehen ja irgendwie so auch ein bisschen nach Spielzeugenkindern aus, ne? Richtig. Da oben drin ist ein Spielzeugmuseum. Können wir auch mal besuchen. Und das, ich weiß einen, der kennt das sehr gut und ich glaube, du würdest mir zustimmen, wenn man sagt, das lohnt echt einen Besuch. Weil da gibt es Spielzeug aus 2.000 Jahren. Das älteste Spielzeug ist echt 2.000 Jahre alt. Muss man sich echt mal überlegen. Und es gibt eines, das kann ich nicht verhehlen, das ist mein Lieblingsding, eine 20 Meter lange Carrera-Bahn. Und ich meine, Carrera ist alt, aber ich weiß nicht, ihr habt mit Sicherheit auch mit Carrera-Bahn gespielt, oder? Und das Ding, das wird digital gesteuert. Das kannst du für Feiern, für Geburtstagsfeiern, Fäden, für alles Mögliche mieten und da Rennen veranstalten. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist superklasse. Sonst wären wir jetzt langsam beim Schluss, oder? Ja, wir sind eigentlich eine schöne Runde durch den Park hier marschiert. Das wäre jetzt an sich der Endpunkt. Aber der Park hat ja noch einen zweiten Teil. Hier, das ist der schön gepflegte Teil, der hergerichtete, konzipierte, komponierte Park. Hinter uns, hinter den Gebäuden beginnt der Urwald. Da ist der Landschaftsteil des Parkes und wir begeben uns jetzt für euch, die ihr uns zuschaut, in eine riesengroße Gefahr. Weil da hinten ist der mückenreichste Ort des ganzen Parks. Musik Musik So, Hans-Peter, jetzt hast du uns doch noch irgendwo hingeführt. Hier sind überall Mücken und auf einmal so eine Figur im Hintergrund. Wo hast du uns hingebracht? Ja, für die Mücken kann ich nichts. Schnell bringt das Mückmittel her. Wir werden schauen, dass wir die so schnell wie möglich loswerden. Wir sind hier beim Einsiedler in Wilhelmsbad. Diese dunkle Figur da drin, die sollte damals den Damen das Gruseln beibringen, damit die Herren sie schön beschützen konnten und so die ersten Distanzen überwinden konnten. Ansonsten ist es einfach eine Schaufensterpuppe, die ein wenig Grusel auslösen soll bei denen, die sich hier in dieses dunkle Eck wagen. Es haben übrigens nach dem Krieg, nee, nicht nach dem Krieg, muss ich sagen, zu Ende des Krieges, auch Amerikaner mal gemacht, weil es gab hier wohl in der Umgebung noch ein paar Widerstandsnester. Und so Ende oder Anfang Mai 1945, als die GIs dann hier waren, hat man hier dieses Loch entdeckt. Und es geht so die Mäher, dass tatsächlich ein amerikanischer Soldat hier mit seinem Gewehr im Anschlag stand, den Herren da aufgefordert hat, die Hände zu heben. Nachdem er nichts gemacht hat, hat er ihn halt erschossen. Und das führte dann dazu, dass man später nach dem Krieg eine neue Figur brauchte. Und die hier, die da drin steht, wurde übrigens vom hessischen Rundfunk gestiftet, dass man hier wieder den Einsiedler hat und sich etwas gruseln kann. Und da die Angst jetzt langsam überhand nimmt, schauen wir, dass wir von hier wegkommen. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache weg von dem Kerl und von den Mücken. So, liebe HSG-Familie, jetzt sind wir wirklich am Ende. Wir haben keiner gefahren gescheut, um euch dieses Video zu ermöglichen. Vielen Dank, lieber Hans-Peter. Es hat uns eine Menge Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt. Besonders ich, der ja nicht von hier kommt. Ich glaube, der Benni auch noch ein bisschen. Vielen Dank. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch noch was gelernt, obwohl ich seit 20 Jahren hier in der Gegend unterwegs bin. Und vielen Dank, Hans-Peter. Wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal wieder. Nächste Woche dann an der Wallonisch-Niederländischen Kirche. Und dann mit zwei anderen von uns. Aber bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Bis dahin.